Corona wird uns wohl noch länger beschäftigen. Doch wie können wir dem Virus besser auf die Spur kommen und großflächige Lockdowns vermeiden? Die Antwort liegt im Abwasser. Dort ist die Gensequenz des Virus bereits nach zwei Tagen nachweisbar. Bis zu zehn Tage schneller als durch Tests am Menschen. Wie kommen wir an diesen Datenschatz im Untergrund? Mit intelligenter Technik. Nach einem Indexmodell bestimmen wir die optimalen Messpunkte in der Kanalisation, entnehmen Proben, analysieren sie und bewerten alle erhobenen Daten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. So erkennen wir Hotspots und können sofort gezielt lokal handeln, anstatt die gesamte Bevölkerung und Wirtschaft einzuschränken. Das Corona-Frühwarnsystem im Abwasser. Rund um die Uhr verfügbar, genau und kostengünstig. Sprechen Sie uns an. IAV.